Herzlich Willkommen! Ich darf mich vorstellen, Franz Landmann. Vor 150 Jahren habe ich das Café Landmann eröffnet und das wollen wir doch gemeinsam feiern. Scannen Sie das Kastl oder den QA-Code, wie man so sagt, und machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit. Ich ist die andere Frau und habe die Ehre, der Herr. Untertitelung des ZDF, 2020